Alle Roller in diesem Video fahren ihre maximale zugelassene Höchstgeschwindigkeit. Das Bild- und Videomaterial wurde anonym zugesandt. Zu dem Ersteller des Videos besteht kein Kontakt. Wir wollen niemanden dazu auffordern eine Straftat zu begehen. Der Roller? 30. 30, ok. 32. Soll ich dann, wie lange wir schon hinterher fahren? Schon seit der, äh, schnell unser Tafel war? Schnell? Nicht 30. Fast 60. Doch! Fast 60. Fast 60. Siehst du das? Wer ist denn Schizophrenen? Die sind doch dann im Kopf. Komm herz! Komm herz! Komm herz! Komm herz! Komm herz!